Der Dienstagabend bei RTL. Zuerst um 20.15 Uhr der Clown. Das Leben von 600 Politikern steht auf dem Spiel. Um 21.15 Uhr im Namen des Gesetzes ein Priester unter Mordverdacht. Das ist ihr Sohn, aber jetzt ist er tot. Danach um 22.15 Uhr Quincy. Der Fluchtversuch während einer Festnahme endet tödlich. Er hatte niemandem was getan. Und um 23.10 Uhr Burning Zone. Ein unberührtes Paradies wird zum Seuchengebiet. Der Körper ist von irgendwas zerfressen worden. Der neue Dienstagabend. Spannung und Action bei RTL.